Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu Ranch Simulator. Ja, wir stehen jetzt immer noch hier. Ich steige ins Auto rein, mache die Karre an. Ich denke mal, viele Wege führen nach Rom. Fahr mal den Wichter entlang. Und da sind wir mal richtig falsch. Das war schon mal ein Schieß ins Klo. Wo muss ich hier? Da fahren wir doch noch. Wo haben wir doch lang? Also die Steuerung ist echt der Brüller. Wo muss ich da rein? Wo muss ich da rein? Gut eingepackt Mädchen. Das Scheiß Ding ist zu, verdammt. Legt mich doch am Arsch, ey. Von 8 Uhr frühs bis 9 Uhr abends. Na, das ist ja ne tolle Wurst. Das heißt, wir müssen erst einmal zurückfahren in die Heimat. Und uns vielleicht einmal schlafen legen. Wo ist meine Ranch ist hier. Okay. Rechtsrum? Ne, oder? Doch. Rechtsrum. Ja. Ja. Mal kurz gucken. Wir müssen eigentlich irgendwie nach links, könnte es sein. Das ist doch keine Straße, oder? Doch, das ist meine Straße. Wo ist denn eigentlich dieses schwule Zelt? Da ist die Scheune. Und das stellt man doch irgendwie näher dran, oder irgendwo? Wo war denn das? Wenn ich was sehen würde, ja? Ach, da ist es ja! E gedrückt halten, um zu schlafen. Ah, jetzt ist es schon hell. Cool. Mach doch da mal das scheiß Licht aus. Ach, die hat eine Taschenlampe. Ach, guck an. Aha. So, das heißt, wir müssen jetzt wieder zurückfahren. Und, äh... Oh, warte mal. Moment, 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 Moment. Das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal mit. Ja. Das sprit nehmen wir natürlich mit. Ist ja klar. Guck mal, ich muss dahinter, ne? Ja. Neuer Tag, neues Glück. Im Reg Simulator mit dem Golf Buggy für Arme, äh... So, jetzt müssen wir jetzt mal gucken. Ich glaube, nach rechts müssen wir... Ja. Dann schauen wir mal, was wir in dem... ...laden sollen. Ich bin schon wieder dran vorbeigefahren. Egal. Perfekt eingeparkt. So. Sorry, wie closed? Was für mich für kackeieren. Steht da irgendwo die Uhrzeit von dem Ding? Es ist helllichter Tag. Hallo? Oh, 7.50 Uhr. Da oben steht's ja. Oh ja, da warten wir halt noch 8 Minuten. Passt schon. Ja Mädel, ich bin früh droh. Open. Guten Morgen. Willkommen, um einen Kauf zu tätigen, benutze das Terminal im nächsten Raum. Gekaufte Objekte befinden sich draußen. Weitere Informationen zu Nutztieren findest du im Klosar. Um Objekte zu verkaufen, platziere sie im Bereich neben mir und bestätige den Verkauf über das Terminal. Okay. Wir sollen einen Eierkorb kaufen und zwei Hühner. Wozu ein Geier ist? Ach, ein Eierkorb. Okay. Da. Und zwei Hühner. Ja. Machenkorb. Ja. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Das Huhn rennt ja fort. Ach ne, da drin ist es. Ah ja, alles klar. Ist das geil. Ich hoffe, das Fisch bleibt da drin. Hält man so nen Huhn? Ist ja geil. Geil. Ich krieg die Krise, ey. Wie geil ist das denn, ey. Mein Eierkorb bitte noch. So. Äh. Äh, F verstanden. das ist sowieso dahin voilà. Und danach. die lenkung von dem golf karte ist echt der wahnsinn so hier was wirchen wo man rechts rein voll gehe ich das ding so dumm ist mein eifert stellen wir es mal so hier dass wir dann auch gleich wieder hohen hühner herausgeholt da hinten zeigt es mal was an was hier soll ich sehen schütte futter auf die stelle ach nee das ist außerhalb warte mal gibt es heute gefunden Äh... Getreide gefunden. Hm. Schütte Futter auf die Stelle. Dazu müsste man Futter erst einmal fehlen, gell? Hm. Getreide gefunden. Schütte Futter auf die Stelle. Ja, wie mache ich das? Hm. Was ist das für ein komisches Ding? Hä, wo ist mein Huhn? Äh, mein Huhn ist fort. Ach, da ist es. Du kommst doch mal schön da her. Ich glaube das, äh... Den Eierkorb. Stellen wir mal da her. Also ich habe Getreide gefunden, aber wie schütte ich das auf die Stelle da? Abreisen. Bauen. Holzwand. Hühnerstall. Hühnerstall. Ah, ja. Mittlerer Hühnerstall. Kleiner Hühnerstall. Holzplanken 15. Okay. Hühnerstall. Müssten wir erst einmal gucken, äh, wo wir das überhaupt hinbauen. Hinbau. Großer, mittlerer, kleiner... Für maximal... Ah, ja. Was ist das Ding jetzt schon da? Hm. Also ich soll... Ich soll da Fütter... hinstreuen. Aber wie zum Geier... Wie zum Geier mache ich das? Also das ist hier Getreide. Das habe ich. Aber wie... Schütte ich das da jetzt hin? Drücke auf... Zu platzieren. Halte gedrückt. Aha. Hä? Cool. Jetzt habe ich es kapiert. So. Wassertank gefunden. Eimer. Eimer mit Wasser. Eimer mit Wasser. Wassertank mit belebenem... Auf der Ranch installieren. Äh... Ich brauche einen Eimer. Ich brauche einen Wassertank. Und Eimer mit Wasser ausschütten. Äh... Ja. Genau. Ach, da ist ja der Eimer. So. Eimer gefunden. Wassertank an einem beliebigen Ort auf der Ranch installieren. Äh... Was für ein Ding. Ich brauche doch einen... Wassertank. Das Wassertank ist doch normalerweise... Das ist nicht für ein Scheiß. Da liegt lauter Dreck. Hm. Was ist denn Logli? Wassertank an einem beliebigen Ort auf der Ranch installieren. Gottes Wille. Ja, das muss mir jetzt doch normalerweise auch zeigen, oder? Hm. Da hinten wird gar nichts angezeigt. Da hinten wird gar nichts angezeigt. Hm. Wassertank... Äh... Eimer mit Wasser füllen. Ja. Ist das ein Wassertank, oder was ist das? Eimer mit Wasser ausgeschüttet. Ja, dazu bräuchte ich ja erst einmal Wasser. Ah. Ja. Ah. Nimm den Kanister. Tischtäger. Aufgetank. Aufgetank. Holstamm. Aha. Den stellen wir jetzt mal hier. Okay. Alter. Das machen wir jetzt noch. Okay. Pass mal auf. Nimm den Kanister. Der steht auf dem Auto. Ah ja. Äh. Drücken. Aber der kann das Götchen geben. Very nice... Hier kann das Füllen geben. Tischkreissäge ist aufgetan. Sagt den stellen wir jetzt mal zurück. Holzstamm Ah, da hinten, ok Jetzt wird es lustig Jungs Nein, der sieht dran Ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Ah, ja Hehehe Das ist ja wohl der Fröller, oder? Holzplanke 15 E einsetzen Wo soll der denn jetzt einsetzen? Also ich brauche 15 Stück, das heißt Ah ja, ok, alles klar Soll ein kleiner Stall bauen Ich hoffe das war ein kleiner, was ich da gemacht habe Vier von 15, also, machen wir weiter Oh, scheiße Da liegen keiner mehr Das ist ja eine tolle Wurst Das ist der Hammer, oder? Das ist ja der Brüller, echt, ey So, wo finde ich jetzt noch Holz? Verdammt Hatte ich nicht eine Axt? Nein Warte mal, warte mal Also, ich habe doch Ja, für 5 Helden Das ist der Das heißt, ich brauche Ja, das passt, passt Passt schon Äh, was ich brauche Ich hatte doch Ich hatte doch Ich hatte doch vorhin eine Axt gekauft Wie kriege ich die? Wow Guck doch doch hier Ah, ist ja geil Also, das machen wir jetzt noch schnell Das ist ja echt der Brüller, ey Das ist ja echt der Brüller, ey Sooo 12 von 15 14 von 15 Das heißt, ich muss noch einen Baum fülle sehen Da ist nichts Einschlag und der Baum ist um Das muss man erst mal innen nachmachen Ha, das ist ja der Wahnsinn, oder? Hehehehe So, das behalten wir mal Äh, ich trage jetzt mal schnell Diese paar Holzstämme Wo war denn das? Das war doch doch irgendwo Die nehmen wir jetzt schnell noch mit Die drachen so schnell Nein, man war es ja lief, was man so gebrauchen kann So, das war nochmal der Una Das ist ja wohl wirklich der Brüller, oder? Das ist ja wohl wirklich der Brüller, oder? Als nächstes müssen wir das Haus abreißen Das ist dein Ernst? Äh 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 Wart mal Oleg, die haben Eier gelegt Oh Kaputt Oh Kaputt Moment mal Für was habe ich einen Hühnerstall? Ich gebe den auf Ich gebe den auf Das ist ja der Brüller Oh Sind sie drin? Nein! Saufi Saufi Hahahaha So, jetzt machen wir aber hier einen Cut rein Ich bedanke mich Fürs Zuschauen, wenn ihr wissen wollt Wie das hier alles noch endet Dann bleibt dran Ciao mit Frau Und Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal fragen Tschüss Tschüss P